Nein! Hey, nicht so schreien. Oh, meine Torte ist so ein bisschen. Ich hab's dir vorher erklärt. Sie will nur, wenn sie zur Wehren gestreichelt werden. Und gebuttert werden. Ja, wenn sie einen Berg baut, dann trampelt sie ihn gleich wieder zusammen. Vielleicht war sie an ihrem früheren Leben ein Zwerg. Wie klein war es ja, bis sie geboren wurde. Wie klein war es ja, als sie geboren wurden. Was machst du das? Weißt du, vorhin saßt die so wie die Lotta im Sandkasten. Also die saß da so rum und hat so gemacht. Komm, wir machen's weiter. Meinst du so? Ich hab's rein! Ich hab's rein! Du hattest das im Haar. Ich hab's jetzt rein! Ich will euch nur helfen. Komm, wir machen weiter. Das ist doch witzig, wenn sie dabei ist. Alva, hier ne Torte! Ich hab ihr schon auf die Nase geschüttet. Ne Torte! Aber nicht mit Absicht. Darf sie dann essen? Ja, das hat schon jemand Eva gefragt. Hier, ne Torte! Lotta, ich würd den Kopf weiter hoch machen. Ich würd den Kopf weiter hoch machen. Alva! Getroffen werden! Ja, ich würd dich nicht machen. Ach, Lotta! Ey, Martita, ich versuch hier grad ein Filmchen zu machen. Alva! Ah! Alva!